ok ok also hallo feierabend und möchte hier ein kleines video zu einem netten man geht zeigen. Mal gucken wo es aufgeht hier trägst es wieder leichte anlaufschwierigkeiten die hier zu öffnen ja das ist ja was du richtig trägst verdammte tat, gute axt jetzt kommt die sitzen schon vor Herausforderungen warte was ich mache jetzt irgendwie muss es ja auch klingen jetzt tut sich das hier auch da muss ja Druck der Arbeit machen das war zugeschnürt so jetzt habe ich es ja verspätet es auch neue Testhobels aus dem Getränkeflip so soll es sein das ist auf jeden Fall schon mal ganz neu das sieht ja interessant aus Pilgerstoff das könnte guter Stoff für mich werden so das hier gerade kurz das hätte ich schon mal irgendwo aber hier war nicht und da Frühlingsbock das passt ja Stralsunder von Stralsunder hatte ich glaube ich schon was aber nicht dieses hier dann habe ich die Zeitung verarbeitet dann geht es in die zweite Runde dann haben wir ein oh ein Gersdorfer Edel das ist auf jeden Fall was Neues aber was ganz Neues Kaltopfungsverfahren hier können wir viel sagen aus der Glückaufbauerei das wird sich an der Schalker aber ist im Osten hier kommt der Glückaufbock so ein Glück und hier das wäre ein super Paket alles neu das hingegen Störtebäcker Schwarzbier also Störtebäcker möchte ich behaupten hatte ich schon mir selber gekauft so letzter oben oh das Tannenzäpple das gibt es hier zwar auch aber komischerweise das hatte ich noch nicht das habe ich noch nicht getrunken ich sag mal das ist ein tolles kleines Paket ich freue mich wirklich sehr danke David das war toll so nochmal der gesamte Überblick ich hoffe das hat so geklappt wie ich mir denke ok ich schaufe schaufe das 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 2